Servus. Hallo. Was machen wir jetzt? Jetzt werfen wir das Flugzeug auf. Was habe ich vorher gesagt? Fein Spaß. Ja richtig. Deine letzten Worte an der Familie. Willst du noch irgendwas beichten? Nein. Angst für wie hast du gemacht? Okay, gut. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich wünsche dir viele daten, was ich eigentlich mehrere. Ich wünsche dich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020